Hallo, schönen guten Tag, mein kleinen Kanal Auswandern nach Thailand. Was vorher alles so passiert. Heute sind wir mal in einer Gärtnerei unterwegs und wollen hier mal ein bisschen was einkaufen. Ein paar kleine Gemüsepflanzen. Mal sehen, was wir hier alles so finden. Ah, was gibt's hier? Gartenkräuter? Was ist das denn? Ja, ein Gemüse. Was gibt's hier? Bananen. 2,50 Euro, ein Tapf. Mit Blumen oder was? Nein, mit Blumen. Gemüse. Gemüse? Einmal Gemüse. Mit Katze. Das ist ja Petersilie. Möhren. Na gut. Petersilie oder Möhren ist ja fast das Gleiche. Ein Frosch. Ein Frosch. Ein Frosch. Noch mal ein paar Gurken. Das sind 2 Euro. Zuckermais. Das wächst bei uns ja gar nicht. Nur grün und fertig da, ne? Du musst schon Blumenerde einpflanzen, dann geht das. Und da musst du einen Topf nehmen mit Blumenerde. Jetzt regnet's aber, he? Von doch. Was wir hier einkaufen ist viel billiger. Kostet die ganze Packung dazu. 1,50 Euro. Ganz viel. Gürtchen. Eine Salatgurke. Schon verrückt, was man hier für eine Auswahl kriegte. Ich hab gar nicht gewusst, dass es so viele Bohnensorten gibt hier. Schau das mal an, ne? Salat. Alles da. Das ist nicht grün, ne? Halb. Und? Was kostet der? Was kostet der? D. D. 1,50 Euro. Die gefällt dir, wa? Pfingstrosen. Wow, ganz groß, dick eingekauft hier heute, eine Zentrale mit Autohintrag. Ein weiter. Falsch abgebogen. So, einmal hinstellen. Fast genau 15 Euro, ne? Fertig? Okay, dann war's das.